So, einen schönen guten Tag meine Damen und Herren, wir begrüßen hier in Frankfurt alle zugestiegenen Fahrgäste im Intercity der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Dortmund. Hauptbahnhof dem Fehler im System bitten wir zu entschuldigen. Unser Intercity endet natürlich nicht in Wuppertal, sondern in Dortmund. Wir versuchen den Fehler schnellstmöglich zu beheben. Meine Damen und Herren, an Bord unseres Zuges geht während ihrer gesamten Zugfahrt die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske. Nutzen Sie zur kontaktlosen Ticketkontrolle gerne unseren Komfort-Check-In. Weitere Informationen finden Sie auch auf bahn.de. Meine Damen und Herren, unser erster Permissigart des Zuges um 13.56 Uhr Frankfurt am Mainflughafen Fernbahnhof. Guten Abend, Ladies and Gentlemen, willkommen aboard on the Intercity Service to Dortmund. We wish you a pleasant journey. Ladies and Gentlemen, our first stop today about 13.56 International Frankfurt Airport. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie noch auf unseren gastronomischen Service aufmerksam machen im Wagen mit der Ordnung Nummer 11. Dies befindet sich im Hinterdreiziges Zuges, befindet sich unser Bordrestaurant und Bordbistro, wo Sie aus einem reichhaltigen Angebot an Speisen und Getränken wählen können. Die Kolleginnen und Kollegen erwarten Sie dort gerne. Im Wagen mit der Ordnung Nummer 10 finden Sie dann unser Dienstabteil. Bei Fragen und Wünschen sprechen Sie mein Team oder mich gerne an. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Frankfurt am Mainflughafen Fernbahnhof. Es besteht dort noch für Sie Anschluss an den Intercity 2251 nach Leipzig über Frankfurt am Main Süd, Fulda, Bad Hersfeld und Eisenach, Abfahrtzeit dieses Zuges 14.11 Uhr aus Fern 7. Sie haben Anschluss an die S-Bahn der Linie 9 nach Hanau, Abfahrtzeit 14.15 Uhr aus Gleis Regio 3. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, our next stop in a few minutes, International Frankfurt Airport, your next connecting services. IC 2251 to Leipzig via Frankfurt am Main Süd, Fulda, Bad Hersfeld und Eisenach departures 14.11 Uhr aus Gleis Regio 3. and local train to Hanau, departing time 14.15 Uhr von Plattform 3. We'd like to say goodbye for passengers leaving us. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof. Steigen Sie bitte in Fahrtrichtung links aus. Vielen Dank und auf Wiedersehen im Intercity der Deutschen Bahn. Ladies and Gentlemen, welcome to International Frankfurt Airport. The doors will open on the left side. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen in Frankfurt Flughafen die neu zu gestiegenen Fahrgäste im Intercity der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Dortmund Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Meine Damen und Herren, an Bord unseres Zuges geht die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske. Nutzen Sie zur kontaktlosen Ticketkontrolle gerne unseren Komfortcheck-in. Weitere Informationen finden Sie auch auf bahn.de. Unser nächster Teil ist sogar um 14.20 Uhr Mainz Hauptbahnhof. Guten Abend und Ladies and Gentlemen, welcome aboard unsere Intercity-Servers to Dortmund. We wish you a pleasant journey. Ladies and Gentlemen, our next stop today about 14.20 Uhr Mainz. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Mainz Hauptbahnhof. In Mainz haben Sie noch Anschluss an die S-Bahn der Linie 8 nach Wiesbaden. Abfahrtzeit 14.27 Uhr aus Gleis 1. S-Bahn der Linie 8 Richtung Offenbach-Ost. Abfahrtzeit 14.35 Uhr aus Gleis 5. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, our next stop in a few minutes. Mainz, your next connecting services. Local train to Wiesbaden, departing time 14.27 Uhr von Platform 1. And local train to Offenbach, departing time 14.35 Uhr von Platform 5. We'd like to say goodbye for passengers leaving us. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt Mainz Hauptbahnhof. Steigen Sie bitte in Fahrtrichtung rechts aus. Vielen Dank und auf Wiedersehen im Intercity der Deutschen Bahn. Ladies and Gentlemen, we are on arrive in Mainz. Das war Prenner, der right am side. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen hier in Mainz die neu zu gestiegenen Fahrgäste im Intercity der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Dortmund Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Meine Damen und Herren, an Bord unseres Zuges geht die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske. Nutzen Sie zur kontaktlosen Ticketkontrolle gerne unseren Komfort-Check-in. Weitere Informationen finden Sie auch auf bahn.de. Unser nächster Halt des Zuges ist Koblenz. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard unser Intercity Service to Dortmund. We wish you a pleasant journey. Ladies and gentlemen, our next stop, Koblenz. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Koblenz Hauptbahnhof. In Koblenz haben wir noch Anschluss an den regionales Pass der Linie 11 Richtung Luxemburg über Kochenburger, Wittlich und Trier. Abfahrtzeit dieses Zuges 5.35 Uhr, Gleis 8. Wir haben Anschluss an den regionalen Pass Richtung Wesel 16.16 Uhr, Gleis 2. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, our next stop in a few minutes. Koblenz, here in the next connecting services. Local train to Luxemburg via Kochenburger, Entwittlich, Departing Time 14.35 Uhr von Plattform 8 und Local train to Wesel, Departing Time 16.16 Uhr von Plattform 2. We would like to say goodbye for passengers leaving us. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Meine Damen und Herren, wir erreichen Koblenz. Steigen Sie in die Fahrt Richtung rechts aus. Vielen Dank für die Wiedersehen im Intercity der Deutschen Bahn. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen hier in Koblenz die neu zugestiegenen Fahrgäste im Intercity der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Dortmund Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster Teil des Zuges Bonn. An Bord unseres Zuges gilt die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske. Nutzen Sie zur kontaktlosen Ticketkontrolle gerne unseren Comfort Check-In. Weitere Informationen finden Sie auch auf www.bahn.de. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard on the Intercity Service to Dortmund. We wish you a pleasant journey. Ladies and gentlemen, our next stop. Bonn Central Station. Bonn Central Station. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Bonn Hauptbahnhof. Im Bonn haben Sie noch Anschluss an die Regionalbahn nach Wuppertal-Oberwarmen. Abfahrt seit 16.10 Uhr, Gleis 3. Sie haben Anschluss an die S-Bahn der Linie 23 nach Euskirchen. Abfahrt seit 16.25 Uhr, Gleis 5. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, our next stop in a few minutes Bonn, your next connecting services. Local train to Wuppertal-Oberwarmen, Departing Time 16.10 from Platform 3. And local train to Euskirchen, Departing Time 16.25 from Platform 5. We would like to say goodbye for passengers leaving us. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Meine Damen und Herren, wir erreichen Bonn Hauptbahnhof. Steigen Sie bitte in Fahrtrichtung rechts aus. Vielen Dank und auf Wiedersehen im Intercity der Deutschen Bahn. Ladies and gentlemen, we are on arrive in Bonn. Those are open on the right hand side. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen hier in Bonn die neu zugestiegenen Fahrgäste im Intercity der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Dortmund Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster hat des Zuges 16.05 Köln Hauptbahnhof. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard on the Intercity Service to Dortmund. We wish you a pleasant journey. Ladies and gentlemen, our next stop today about 16.05 Uhr. Köln Central Station. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Köln Hauptbahnhof. In Köln haben Sie noch Anschluss an die S-Bahn der Linie 6 nach Köln-Nippels. Abfahrtzeit 16.24 Gleis 11. Sie haben Anschluss an den Regionalpass der Linie 9 in Richtung Siegen. Abfahrtzeit 16.23 Gleis 3. Außerdem haben Sie noch Anschluss an die Regionalbahn nach Wuppertal-Oberwarmen 16.25 Gleis 1. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, our next stop, Köln Central Station. Your next connecting services, local train to Köln-Nippels, departing time 16.24 from platform 11. Local train to Siegen, departing time 16.23 from platform 3. And local train to Wuppertal-Oberwarmen, departing time 16.25 from platform 1. We'd like to say goodbye for passengers leaving us. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt die Kathedrale von Köln. Steigen Sie bitte in Fahrtrichtung links aus. Vielen Dank und auf Wiedersehen im Intercity der Deutschen Bahn. Ladies and gentlemen, we're gonna arrive in Köln Central Station. Doors will open on the left-hand side. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen hier in Köln die neu zugestiegenen Fahrgäste im Intercity der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Dortmund Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Meine Damen und Herren, an Bord unseres Zuges gilt die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske. Nutzen Sie zur kontaktlosen Ticketkontrolle gerne unseren Komfort-Check-In. Weitere Informationen finden Sie auch auf bahn.de. Meine Damen und Herren, unser nächster Halt des Zuges um 16.31 Uhr am Solingen Hauptbahnhof. Good afternoon, ladies and gentlemen, welcome aboard unser Intercity-Service to Dortmund. We wish you a pleasant journey. Ladies and gentlemen, our next stop today about 13.31 Uhr Solingen. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie noch auf unseren gastronomischen Service aufmerksam machen im Wagen mit der Ordnungsnummer 11. Dieser befindet sich im hinteren Teil des Zuges, befindet sich unser Bordrestaurant und Bordbistro, wo Sie dann aus einem reichhaltigen Angebot an Speisen und Getränken wählen können. Die Kolleginnen und Kollegen erwarten Sie dort gerne. Wie wäre es denn mit einem Spiegelei auf Toast? Heute nur für 4,10 Euro. Schauen Sie gerne vorbei. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Solingen Hauptbahnhof. In Solingen haben Sie noch Anschluss an die S-Bahn Richtung Dortmund, Abfahrtzeit 16.53 Uhr aus Gleis 10. Sowie an die S-Bahn in Richtung Wuppertal über Remscheid, 16.53 Uhr Gleis 9. Vielen Dank für die Reise und mit der Deutschen Bahn, auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, our next stop in a few minutes Solingen and your next connecting services. Local train to Dortmund, departing time 16.53 Uhr von Platform 10. And local train to Wuppertal via Remscheid, departing time 16.53 Uhr von Platform 9. Meine Damen und Herren, wir erreichen Solingen Hauptbahnhof. Steigen Sie bitte in Fahrtrichtung rechts aus. Vielen Dank und auf Wiedersehen im Intercity der Deutschen Bahn. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen hier in Solingen die neu zu gestiegenen Fahrgäste im Intercity der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Dortmund Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Meine Damen und Herren, unser nächster Halt. Das Zug ist um 16.41 Uhr, dann Wuppertal Hauptbahnhof. Good afternoon, ladies and gentlemen, welcome aboard on the Intercity Service to Dortmund. We wish you a pleasant journey. Ladies and gentlemen, our next stop today about 16.41 Uhr, Wuppertal. Wuppertal Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Wuppertal Hauptbahnhof. In Wuppertal haben Sie noch Anschluss an die S-Bahn der Linie 9 Richtung Haltern am See. Abfahrtzeit dieses Zuges 16.53 Uhr aus Gleis 5. Sie haben in Wuppertal Anschluss an die S-Bahn der Linie 8 Richtung Mönchengladbach. Abfahrtzeit 16.59 Uhr, Gleis 4. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, our next stop in a few minutes. Wuppertal, your next connecting services. Local train to Haltern, departing time 16.53 Uhr von Platform 5. And local train to Mönchengladbach, departing time 16.59 Uhr von Platform 4. We'll like to say goodbye for passengers leaving. A thank you for choosing Deutsche Bahn today. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt Wuppertal Hauptbahnhof. Steigen Sie bitte in Fahrtrichtung rechts aus. Vielen Dank und auf Wiedersehen im Intercity der Deutschen Bahn. Ladies and gentlemen, we're on arrival in Wuppertal. Das Wuppertal on the right hand side. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen hier in Wuppertal die neu zu gestiegenen Fahrgäste im Intercity der Deutschen Bahn. Auf der Fahrt nach Dortmund Hauptbahnhof, Mitte halt noch in Hagen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Meine Damen und Herren, unser nächster Halt des Zuges um 16.59 Uhr, dann Hagen Hauptbahnhof. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard on the Intercity Service to Dortmund. And our next stop, Hagen, today about 16.59 Uhr. We wish you a pleasant journey. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Hagen Hauptbahnhof. In Hagen erreichen Sie dann alle Anschlusszüge wie geplant. Unter anderem die Region Neubahn 40 nach Essen Hauptbahnhof, 17.16 Uhr, Gleis 16. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, our next stop in a few minutes. Hagen, all connecting services we will reach. We would like to say goodbye for passengers leaving us. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt Hagen Hauptbahnhof. Steigen Sie bitte in Fahrtrichtung links aus. Vielen Dank und auf Wiedersehen im Intercity der Deutschen Bahn. Ladies and gentlemen, we are on arrive in Hagen. DOS will open on the left side. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen hier in Hagen die neu zugestiegenen Fahrgäste im Intercity der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Dortmund Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Meine Damen und Herren, unser nächster Halt des Zuges ist unser C&F Bahnhof, Dortmund Hauptbahnhof. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard on the Intercity Service to Dortmund. Our next stop is the final destination, Dortmund. We wish you a pleasant journey. We wish you a pleasant journey. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir unseren Ziel- und Endbahnhof Dortmund Hauptbahnhof. In Dortmund haben Sie noch Anschluss an die S-Bahn der Linie 1 Richtung Essen Hauptbahnhof 17.33 Gleis 7. IC 2312 nach Hamburg, Altona. Abfahrtzeit dieses Zuges 17.23 Gleis 6. Meine Damen und Herren, Dortmund Hauptbahnhof ist der Ziel- und Endbahnhof dieses Zuges. Im Namen der Deutschen Bahn möchte ich Sie dort bitten auszusteigen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Reise im Intercity 2026 auf der Fahrt von Frankfurt am Main Hauptbahnhof nach Dortmund. Würde mich freuen, Sie bald wieder an Bord unseres Zuges begrüßen zu dürfen. Sage Tschüss und auf Wiedersehen. Da Dortmund Hauptbahnhof unser Ziel- und Endbahnhof ist, darf ich Sie darum bitten, dass Sie kein Gepäck oder Wertgegenstände an Bord unseres Zuges zurücklassen. Vielen Dank. Ladies and Gentlemen, our next up in a few minutes, the final destination Dortmund. Your next connecting services, local train to Essen, departing time 17.33 from platform 7. IC 2312 to Hamburg, Altona, departing time 17.23 from platform 6. Ladies and Gentlemen, Dortmund is the final destination of this train. Please, our passengers, leave the train. Thank you for choosing Intercity train 2026 from Frankfurt Main Central Station to Dortmund. I wish you a nice day and goodbye. Bye. Bye. Coming from the rain. She's so shins running down the drain. Blue as ice and desire. Don't you wanna make her? Ooh, don't you wanna take her home? Meine Damen und Herren, nochmal der Hinweis, da Dortmund Hauptbahnhof unser Ziel- und Endbahnhof des Zuges ist, möchte ich Sie darum bitten, dass Sie an Bord unseres Zuges nicht zurücklassen, weder Gepäck noch andere Wertgegenstände. Vielen Dank. Oh, don't you wanna break her? Ooh, don't you wanna take her home? She walks like she don't care Walking on imported air Ooh, it makes you wanna die Meine Damen und Herren, wir erreichen dann jetzt unseren führenden Endbahnhof, Dortmund Hauptbahnhof. Steigen Sie bitte in Fahrtrichtung links aus. Vielen Dank und auf Wiedersehen im Intercity der Deutschen Bahn. Ladies and gentlemen, we will arrive on the final destination, Dortmund. Das war Open on the left-hand side. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye.